Boah ey Dennis, weißt du wieso mein Mikrofon gestern nicht funktioniert hat? Ich habe irgendwie mein Kabel gefixt. Äh also gefickt. Ja da war ich, ich sitze in HP. Denkst du da gehe ich jetzt einmal rein oder was mit der Bombe? Yeah guys, it's the rush! Don't fucking standin! Boah wie liegen wir da? Blatt auf der Bombe! Motherfucker! Catch I'm down! Stecken! Ich hab eigentlich 5-7 gefunden. I'm throwing a flashback! Bucket shot! One shot! Bucket shot! Was? Hier ist Time, hier ist Time. Play with Time! Die Füße sinken. Spiel doch auf Zeit! Wieso spielt der nicht auf Zeit? Wieso spielt der nicht auf Zeit? Weil und mehr gibt's. Ja! 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 Ja man! Na nice, kannst du auch nicht früher machen ne? Ja ich hab schon vorher gemacht aber ich weiß nicht wie sich das anhört in CSGO. Dann auch noch so richtig. Ja kannst du auch nicht überhaupt machen ne? Nein. Und wieder so unprofessionell, das gibt's doch nicht. Und du bist professionell! Ja! Rushing Bit! Rushing Bit everyone! Bit? Rushing Bit. Gobi! Er schiebt auch noch! Der schiebt auch noch! Der schiebt auch noch! So ein Sterbe Junge vor was treibst du? das kommt auf jeden fall hier das war eine richtig brutale stelle leute ja nehmt euch auf jeden fall ein beispiel hier seht ihr es noch mal shotgun johnny das wird irgendwann mal ein vorspieler sein ist ein echt cooler typ ja viel cooler ist dieser sehpack weil der sehpack der ist ja sowieso ja kriege klaut lol ist das dein ernst alter ich schieße auf den die ganze zeit höchst mir dich und dann klaust du noch den kill ja alter kein wunder jetzt weiß ich wie du deine kills machst ingame warum hast du P90 nur für junge? warum hast du nicht P90? halt die fresse SHUT THE FUCK UP! CAN YOU SHUT THE FUCK UP! yes you would have win that round what the fuck ich hab gar keinen step gehört wegen euch bastarden er hat zuerst angefangen halt mal deine fresse alter du beschwerst dich immer dass man redet und du hältst selber nicht die fresse er hat angefangen ich hol jetzt mal den diegel raus du bist der erste dance in die fresse bekommt alter ok jetzt werden wir sehen ja schön dass hier was macht scheiß mir die Hose alter stairs oh man ey was ich hab ihn 93 gegeben ich hab ihn 93 gegeben ey ich hab nicht ich hab den sniper aufs stairs hab ich 93 gegeben das ist ein fucking hit natürlich alter nice er überlebt wahrscheinlich mit 3 AP oder wenn nicht sogar eine NEIN ich hab ihn 82 gegeben oh tschau ja ach das sind zu wenig jetzt kann ich ihm easily killen wo ist der? der war hinten im jungle ja 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 NEIN das war der er ist eigentlich Matteo ein Mädchen oder ein Jungname ich renne als bestes durch wie ein richtiger Anführer ich renne als bestes durch wie ein richtiger Anführer dabei dabei rush 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 ja dabei dabei rush 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 da was geht ja was soll ich machen NONONONO NONONONO EY und collected in the kitchen ihr seid die behindertsten vollidioten die ich je in meinem Leben gesehen hab bestimmt nicht ja und wieso rennst du wenn der Molotow da ist die haben schon wahrscheinlich sechsmal gecallt dass es fucking ein fucking be-rush ist und ihr lauft rein es hört kein mensch dass er jetzt Das ist lächerlich. Ja, nice. Ja, das ist kein Monit. Ja, ich komm in den Kitchen rein, ich werd direkt gekillt und da stehen zwei Stück. Wo denn? Ja, in Kitchen! Ey Junge, hörst du mir zu? Nein, du hast nichts gesagt. KITCHEN! Der ist einfach an dir vorbeigelaufen, du Idiot! Der ist an dir vorbeigelaufen, während du an der Ecke stand und wartest, bis die geblendet haben. Nee, der ist ja nicht vorbeigelaufen, weil ich hab auf einen geschossen. Nee, du bist doch ein Idiot. Will ich verarschen? Der ist... Siehst du, war der dann in Kitchen? Ja, das wüsste ich auch gerne. Das wüsste ich auch gerne. Ja. Ja. Nee. Also ist er wohl an dir vorbeigelaufen, hm? Oh. 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 Opa. Was hast du denn? Applaus. 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 Geh doch rein, die haben noch nicht geplant. Mülltonne. Kannst du machen Nächstes Mal kannst du ein bisschen schneller kommen Und was hast du auf den Stein gemacht? Und wer wurde als allererst gekillt und was wurde ganz dick und fett auf der Map angezeigt? Ja nix, nur dass Leute irgendwie gestorben sind Ist keine Bombe gedroppt Ne? Ne Ne Das sieht man ja nicht Da war ich dann hier im Kitchen, weil ich das gesehen habe Ja, das sieht man nicht, dass die Bombe gedroppt ist und ich mir die Bombe angucke Das fällt doch nicht Noch Hilfe Da hat er sich gesucht Warte, du fass Thunder Du bist immer zu spät Letztes aber Anderfassen BVB Der geht doch eh nicht B, wenn ich B bin Der wird noch lustiger bitte Rektive D. Ju B steps Scopes Dennis, die waren von Underpass. Letztes Underpass. Ich habe einen AP. Flashback Kill. Ja komm. Nein. Warte, ich muss durch. Komm jetzt, bleib stehen, bleib stehen. Alter, das ist klar. Nein, fucking HP, Alter. Dennis. Ey, ich glaube, ich wäre dann gestorben, wenn ich dann untergefallen wäre. Bist den Valve gerade mit HP 90 gekillt, der gerade umgeht. Ja, ich weiß nicht, der hat der mit HP hat, der geämpft hat. Auf einmal habe ich übelst viele Steps aus Underpass. Ich spray einfach rein. Der eine hält Shirt. Ich glaube, den anderen habe ich vielleicht sogar noch angehittet. Der eine Kilo-Key auch gerade ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Grenade out. Smoke. Grenade out. Safe. Throwing Flashback. Nochmal das gleiche. Da war nur ein AB. Also GA, GA. bei mir läuft's. Ich glaube, das war es bestimmt auch ein. Da war savoir. Da war auch schon. Ja. Da war auch schon. Da.